Hallo liebe Vagefrau, lieber Vagemann, hier ist die Inball von Inballsterror.com. Herzlich willkommen. Gerne möchte ich heute mit dir schauen, wie dein Liebesleben im Jahr 2020 aussehen wird. Beachte mit dem Rauch dein Mond, Venus und das Tendenzzeichen, wieso, weshalb, warum und Antworten zu weiteren Fragen findest du unten in der Infobox. Da befindet sich der Link zu den häufigsten Fragen. Die Rollen können manchmal vertauscht sein und die Legungen sind immer geschlechterunabhängig. Und wichtig ist auch, dass deine Jahresvoraussage, es ist ganz normal, falls es jetzt noch nicht resoniert, ist für nächstes Jahr, falls es nicht resoniert, macht es Sinn, das Video zu einem späteren Zeitpunkt nochmals anzuschauen. Und falls dir mein Stil gefällt, dann freue ich mich übrigens sehr über deinen Klick auf Abonnieren hier. So, schauen wir mal. Für Vage. Worauf läuft das Liebesleben von Vage im Jahr 2020 hinaus, bitte? Irgendwie ist mir gerade 2018 so in den Sinn gekommen, dein Liebesleben im Jahr 2020 könnte mit dem zusammenhängen, was du im Jahr 2018 erlebt hast. Du könntest hier Parallelen sehen zwischen diesen beiden Jahren. Oder jemand von 2018 kommt zurück. Ist mir direkt 2018 so aufgeblitzt. Gib mir bitte ein konkretes Bild zum Liebesleben von Vage im Jahr 2020 von Januar bis Dezember, bitte. Du, ich kriege die ganze Zeit Message, also du bist jetzt das letzte Zeichen, das ich mache und bei den anderen ist das nicht passiert. Und ich kriege jetzt so die ganze Zeit so Informationsfetzen und die sagen, dass für dich schwarze Haare von Bedeutung sein werden. In deinem Liebesleben. Schwarze Haare. Da geht es um jemanden mit schwarzen Haaren. Und ich meine damit schwarz, schwarz. Ich habe auch quasi schwarze Haare, aber die sind nicht wirklich schwarz, die sind bräunlich. Ich meine so indisch schwarz, tamilisch schwarz. Kennt ihr diese tiefschwarzen Haare von Thailändern auch zum Beispiel? Diese Art von Schwarz wird für dich wichtig sein. So afrikanisch-schwarze Haare. Nicht so orientalisch-braun, sondern schwarz-schwarz. Fast wie das hier. Das wird für dich von Bedeutung sein. Okay, gib mir bitte ein Bild zum Liebesleben von Vage im Jahr 2020. Gib mir bitte ein Moment. Moment. Vage, ich sah eine Windmühle. Und diese Windmühle, die hat, wie nennt man diese, die Fahnen? Was sind das, die sich drehen da? Die Mühle selbst ist was anderes. Das ist das, was sich da dreht. Diese Rotoren oder wie nennt man, keine Ahnung. Einfach, du weißt, eine Windmühle hat da diese Fahnen da. Dieses, ja, ich kriege halt Bilder, die ich dann nicht checke. Also, oder ich, die Wörter kommen mir dann nicht spontan nicht in den Sinn, weil ich ganz woanders bin. Ich bin irgendwo in Indien eigentlich. Auf jeden Fall, da war eine Windmühle. Und der Wind hat diese Rotoren, diese Ventilatoren, nee, keine Ahnung. Das Ding da hat sich gedreht. Und da wurde gleichzeitig sehr viel Wind davon gegeben. So eine Windmühle ist ja dazu da, dass der Wind das Teil da dreht und dadurch die Mühle unten gedreht wird. Und bei dieser Windmühle kam ungewöhnlich viel Luft raus. Oder das hat so die Luft rausgeblasen, rausgewedelt. Und als ich dann näher hinging, ich habe dich gesucht und dann sah ich dich da an der Turmspitze. Das ist ja so ein bisschen turmartig, sind diese Windmühlen. Da gab es ein Fenster genau in der Mitte. Da standest du und hattest deine Brust geöffnet. Brust, nicht im Sinne von Brüste, klar, die waren dann sichtbar, aber du hattest halt die Knöpfe so geöffnet und hast dein Hemd so offen gehalten und hast so freudig gelächelt. Und ich habe dich gefragt, wage, was tust du da? Und du meintest so, ich schicke Liebe, ich habe so viel Liebe zu geben und ich halte meine Liebe in diesen Wind, denn diese Windmühle hier erzeugt, damit es rausgeht in die Welt. Und dann meinte ich so, ja, aber gibt es hier nicht einen spezifischen Menschen, dem du diese Liebe zuschicken möchtest? Und dann meintest du, schau mal da in die Ferne. Da habe ich hingeguckt und da stand eine Windmühle und da war ein Mann drin. Du warst als Frau aufgeführt, deine Orientierung ist egal, das Bild war so, kannst dich einfach da hineinsetzen, dich da hinein vorstellen. Und der Mann da hat genau das Gleiche getan. Da war auch diese Windmühle, hat Wind erzeugt und der stand da im Turm oben, in der Mitte war ein Fenster, der stand da, hatte die Brust geöffnet, das Herz und die Liebe in deine Richtung geschickt. Da war dieser Wind von der Windmühle, das diese Liebe rüber schickt. Und ja, ich fand das irgendwie sehr süß, also das Bild an sich, diese Umgebung da war sehr süß und andererseits ein bisschen irritierend wieder, vage, Entschuldigung, ich bin sehr, sehr müde, tut mir sehr leid, aber keine Angst, die Messages kommen so oder so durch, einfach ein bisschen komischer. Und dann habe ich dich so gefragt, ja soll das ewig so weitergehen, dass ihr da in zwei verschiedenen Mühlen in dieser Ferne, weil ich musste ganz in die Ferne schauen, um den anderen zu sehen, wollt ihr so von Mühle zu Mühle eure Liebe einander zuhauchen, zuwinden oder soll das so weitergehen? Und du meintest so freudig, ja, das ist schön so. Und du bist ja auch ein Luftzeichen, du bist ein Intellektzeichen und deswegen gefällt dir diese Szenerie dann auch. Oder du hast dich dort sehr gut gefühlt. Und dann habe ich dich gefragt, ob du denn nie mit diesem Menschen zusammenkommen möchtest. Und dann meintest du so, aber Imbal, wenn wir zwei von unseren Windmühlen runtersteigen und uns in der Mitte treffen, dann macht das doch diese ganze Szenerie hier kaputt. Diese ganze Szene hier geht kaputt. Und da ist mir dann das Bild, die Tarotkarte, die Liebenden in den Sinn gekommen. Da sind zwei Menschen auseinander. Die stehen da auseinander. Und die Sache war ja bei dir, Waage, dass du schon mal mit dieser Fantasie da angelockt wurdest. Und jetzt befindest du dich da mit diesem Menschen mittendrin und du magst es, dir gefällt es. Du scheinst hier einen Menschen gefunden zu haben, mit dem, mit der du diese Fantasie ausleben kannst. Diese fantastische Karte, die nicht erreichbar ist. Ich zeige es euch rasch. Jahreslegungen mache ich in Slow Motion. Okay. Da könnt ihr es euch gemütlich machen. Ich hole mir da gerne alle Infos raus. Wieso sind die so verkehrt? Ich suche gerade die Karte, die ich euch zeigen möchte. Die ist von der Szenerie her sehr ähnlich, nämlich. Schauen wir mal. Die Liebenden, die Liebenden, die Liebenden. Hier ist es nicht. Dann sollte es hier sein. Komm, Baby, komm. Hier. Dankeschön. Die sind hier auch fern voneinander. Die berühren sich hier nicht in der Mitte. Diese Ferne ist nicht so krass wie da. Aber so von den Farben her, von der Stimmung her, war es ungefähr so. Und die sind beide mit offener Brust stehen die da. Nur ist diese Frau hier unzufrieden mittlerweile. Würde mich nicht wundern, Waage, wenn du ihm 2020 sagst, dann, weißt du was, diese Szene, die erfüllt mich nicht mehr. Wir stehen da einander gegenüber, jeder in seiner Mühle und die stehen da mit offener Brust, schau mal. Beide mit offener Brust gegeneinander, zeigen das Herz. Und der Frau, der reicht es langsam. Und Waage, ich glaube, das bist du, egal ob du Mann oder Frau bist, im Jahr 2020 wirst du diese Idee da aufgeben. Du wirst eine realistischere Liebe haben wollen, eine bodenständigere. Jetzt bist du noch in diesem Modus, wo das ganz toll ist, in diesen zwei Mühlen. Aber ich denke, im Jahr 2020 wird das vorbei sein. Du wirst dir Bodenhaftung wünschen. Gib mir bitte drei Karten zum Liebesleben von Waage im Jahr 2020, bitte. Heiler der Ewigkeiten. Türe zur Romanze. Walking away. Weglaufen. Da bist du. Heiler der Ewigkeiten. Türe zur Romanze. Weglaufen. Du heilst dich innerlich und läufst jetzt weg von der bisherigen Idee, die du von der Liebe hattest. Du verlässt diese mühle Szene da. Der hält hier seine Brust so geöffnet. Auch wieder das Herz. Du heilst dein Herzchakra. Vielleicht wäre hier die vierte Karte das Herzchakra gewesen. Das ist, glaube ich, das vierte Chakra. Ich lerne. Und du kannst dir gerne Musik für dein viertes Chakra anhören. Das wird dich schneller voranbringen hier. Schauen wir mal. Eine Orakelkarte für das Liebesleben von Waage im Jahr 2020, bitte. Ein oder andere Karte. Come on. Come on. Diese riesigen Karten. So, danke. Eine Orakelkarte zum Liebesleben von Waage im Jahr 2020 bitte. Fork in the road. Das kam bei Fische. Dieser Lama, der da angebunden ist, das sind verschiedene Wege, die er gehen kann, aber die Wegweiser sind nicht beschrieben. Orientierungslosigkeit und gleichzeitig ist man da angebunden und wirkt zufrieden. Das sind verschiedene Wegweiser ohne Beschriftung und da bist du angebunden, Straßenverzweigung steht hier und du weißt nicht so recht in welche Richtung. Schaut euch die Farben an. Davon heilst du dich, Waage. Da in dieser Mühlewelt, in dieser Mühleszenerie, da wusstest du nicht so recht, wohin du gehörst. In der Szene, die ich gesehen habe, da warst du zufrieden, ja, aber hier, dieser Lama ist auch zufrieden, aber jetzt, da du dein Herzchakra heilst, denkst du so langsam, nee, das kann doch nicht Liebe sein, dass wir uns da so gegenüberstehen und uns einfach so unserer Herzgegend so entgegenhalten. Welches Tier ist Spirit Animal von Waage im Jahr 2020, bitte? Welches Tier ist Spirit Animal von Waage in Bezug auf Liebe im Jahr 2020, bitte? Welches Tier ist Spirit Animal von Waage im Jahr 2020, bitte? Welches Tier Animal von Waage im Jahr 2020, bitte? Wenn ihr nach Gefühl eine Karte aussucht, dann immer mit der linken Hand, okay? Immer mit der linken Hand suchen. Den hier will ich. Brown Bear Spirit, take time out. Brown Bear Spirit, mach Pause. Siehst du, wie viel Entschlossenheit in seinem Gesicht ist? Ruhe dich aus, heißt es hier. Ruhe dich aus. Falls es, vielleicht hat es für manche einen, ist es für manche einen Hinweis, okay, der wollte sich auch zeigen. Gut, den nehme ich auch. Dann hast du zwei Animal Spirit, äh Spirit Animals hier. Starfish Spirit, Seestern Spirit, offen für unendliche Möglichkeiten. Du sollst dich hier ausruhen, dich zurückziehen Waage, damit du diese unendlichen Möglichkeiten hier entdecken kannst. Das heißt, hier hast du fünf Verzweigungen und bist offen für alle, magst alle gehen. Hier haben wir eins, zwei, drei, vier, fünf Verzweigungen ohne Anschrift und du bist da angebunden. Und bleibst da, gehst gar keinen Weg davon. Es geht hier um dein Herzchakra. Die Zahlen hier sind 13, 51, 33, 27, 9, 59, okay? Also, holen wir uns mal hier konkrete Informationen heraus zu deinem Liebesleben. Waage, im Jahr 2020. Gib mir bitte eine Karte zum Liebesleben von Waage im Jahr 2020, bitte. Waage, da wo du jetzt bist, Dein Herz spürst du erst, wenn du die Möglichkeiten auskostest, wenn du den Moment genießen kannst. Wenn deine Gefühle sich so spreizen wie ein Seestern. Hier bist du an einer Verzweigung und du spürst hier nichts, solange du dich hier nicht breit machen kannst. Du kannst dich momentan nicht breit machen, du bist in dieser Mühle gewesen. Und da bist du in der Mühle. Du könntest dich da mit deinem Gegenüber treffen und sonst irgendwas machen, irgendwie Hobbys nachgehen, Freizeitaktivitäten. Aber nein, du bist hier so festgenagelt und in der Liebe spürst du hier nichts mehr, Waage. Dein Herz, irgendwie fehlt es dir, dass hier niemand dein Herz regt. Und das macht dich jetzt nachdenklich hier. Das macht dich hier nachdenklich. Du fragst dich, ob der Fehler bei dir ist. Ich formuliere es so, Waage, du hast es selbst in der Hand. Wenn du dein Herzchakra heilst, dann wirst du wissen, in welche Richtung du hier spreizen möchtest. Und zwar in alle fünf unendliche Möglichkeiten. Page der Kelche, drei der Stäbe. Da ist dieser Mann da in der anderen Mühle, zeigen dir immer wieder ihr Herz, diese Geste da. Kelch bedeutet Herz, bedeutet Liebe. Und da schaust du ihnen immer wieder von der Ferne zu und es gefällt dir, was du siehst. Dir gefällt, was du da siehst. Nur das Problem ist, du spürst nichts. Du spürst nichts. Du bist hier optimistisch darin, dass du irgendwann etwas spüren wirst. Aber das Problem ist eben, du spürst nichts. Okay? Momentan, du fragst dich so langsam, ob bei dir irgendwas nicht richtig ist. Die Herrscherin. Da bist du, in deinem Turm, in deiner Windmühle. Du wirst keinen Schritt auf diesen Menschen zutun. Weil ich habe dich gefragt, was wäre, wenn ihr euch treffen würdet. Und du hast gemeint, nein, das macht dann die Szene kaputt. Du bist hier die Herrscherin. Die Herrscherin geht nicht zu jemandem. Die wartet darauf, dass jemand kommt zu ihr. Also die wartet darauf. Die herrscht da einfach. Und wenn dann mal jemand kommt, dann macht sie das hier. Und dein Herzensmann, deine Herzensdame ist bereiter dazu, auf dich zuzukommen. Schau mal. Im Grunde wartest, also du hast mir in der Szene, in der Vision, hast du mir gesagt, dass du da lieber nicht ein Treffen wünschst in der Mitte. Aber du wartest hier drauf, dass dieser Mensch zu dir kommen wird und an deiner Türe klopfen wird. Ihr habt einander euer, das Potenzial für die Liebe habt ihr einander gezeigt, aber immer mit Distanz. Und jetzt hoffst du darauf, dass dieser Mensch hier einen Schritt auf dich zutut und ihr dann endlich durch diese Türe zur Romanze schreitet. Du endlich dein Herz fühlst. Diese Szene, die macht dir keinen Spaß mehr hier. Zwei der Stäbe. Er kommt nicht. Du hast hier schon gewartet. Und hier kommt er, sie nicht. Wirst du jetzt weglaufen? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meinte, dass Bären keine offensiven Tiere sind, sondern defensive. Und wenn sie dann defensiv sind, dann sind sie brutal. Aber was ich ganz sicher weiss, ist, Bären sind Tiere, die ihre Ruhe haben wollen und in Ruhe gelassen werden wollen. Winterschlaf, das mache ich übrigens bald. Winterhalbschlaf. Take time out. Das war eine Message an mich. Der Herrscher. Jetzt willst du hier weglaufen aus dieser Szene mit der Mühle und die halten dich auf und sagen, hey, wohin gehst du, Herrscherin? Wie kannst du es wagen, mein Herrschaftsgebiet zu verlassen? Du hattest die Hoffnung aufgegeben und sie kommen jetzt. Jetzt, wo dieser Mensch endlich von dieser Distanz da zu dir kommt, jetzt, wo diese Distanz vorbei ist, könnt ihr endlich Gespräche von Herz zu Herz führen. Jetzt wird nicht mehr einfach nur der Brustkorb gezeigt. Jetzt werden hier Gespräche von Herz zu Herz geführt und ihr merkt, Gott, Gott verdreckt, da sind wir hängen geblieben hier in unseren Mühlen, Windmühlen, mit Wegweisern ohne Anschrift und wussten nicht wohin. Und deswegen waren wir froh, dass wir da in unserer Mühle drin gefangen waren. Baby, wir können in jede Richtung gehen. Lass uns jetzt rausgehen und reiten, lass uns dies machen, lass uns jenes machen. Jetzt, nachdem dieser Schritt mal getan ist, merkt ihr, wie ideal ihr eigentlich zusammen seid, Herrscher und Herrscherin, das ideale Paar im Tarot. Die Königin aller Königine, der König aller Könige. Rollen wir uns hier mit dem Hexentarot mehr Informationen heraus. Hoppla. Die lassen dich hier nicht aus dem Garten rausrennen. Waage. Eine Karte unter Zehnder Schwerter, bitte. Der Narr. Achterer Münzen. Fünfter Kelche. Achter Stäbe. Ich kann nicht hier noch länger bleiben, ich muss hier weg. Ich muss raus aus diesem Turm. Diese Szene, wo ich mich befinde, da regt sich mein Herz nicht. Das ist so dein Anliegen hier. Und du hast dir hier schon sehr viele Gedanken gemacht. Manche von euch seit acht Monaten. Sobald du mit dieser Relegung resonierst, sind es fast acht Monate, acht Wochen, dass du dir hier überlegst, abzuspringen, wegzugehen. Dein Herzensmann, deine Herzensdame weiß, dass du darunter leidest, unter dieser Distanz zwischen diesen zwei Windmühlen und möchte deswegen auf dich zukommen und dich aufpäppeln hier. Möchte hier dir wieder deine gute Laune wiedergeben. Weil ihr wart da total gut gelaunt am Anfang. Du wartest hier auf sie, damit siehst du willst, dass dieser Mensch so schnell wie möglich kommt. Drei der Stäbe. Drei von diesen acht Stäben ist dein Optimismus. Und wenn sie dann nicht kommen sollten, bleiben fünfter Stäbe noch übrig und das bedeutet Schlägerei. Dann gehst du wirklich zu dieser Mühle da. Und dann hämmerst du gegen die Türe und fragst, was soll das? Wieso kommst du nicht? Der Stern. Neun der Münzen. Acht der Schwerter. Der Hierophant. Da bist du, trägst diese Sterne auf dem Kopf. Lass mich mal hier zählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Zwölf. Ich wollte kurz kontrollieren, ob es übereinstimmt. Auf diesen Karten sieht man jedes Mal was Neues, sage ich euch. Die sind echt krass vom Künstlerischen her. Wage dein Herzensmann, deine Herzensdame sieht dich als ein ferner Stern, ihren Wunschtraum, da oben auf dem Thron. Du erscheinst ihnen sehr fern, zumal sie auch hier ein Page sind. Du erscheinst diesem Menschen ein bisschen unerreichbar. Du hier verlierst mittlerweile die Hoffnung und denkst dir, ja gut, dann mache ich mich mal dazu bereit, ein Single-Leben zu leben. Dieser Mensch kommt mir nicht näher, dann schaue ich doch mal, was ich jetzt alleine machen werde. Durch deine Ferne hier, Waage, gerät dein Herzensmann, deine Herzensdame in diese Lage hier, wo sie keinen Ausweg mehr sehen und nichts mehr sehen können, ist ein Kontrollverlust. Und da ist es dann auch kein Wunder, dass dein Herzensmann, deine Herzensdame jetzt als Herrscher hier auftritt und sagt, ich möchte hier jetzt die Kontrolle übernehmen. Und schau, was sie tun, kommen auf dich zu, ihr führt Gespräche von Herz zu Herz und stellt fest, wow, das kann ja bis zur Ehe gehen zwischen uns. Wir passen ja mega zusammen, wir lieben uns ja wirklich. Ihr seid dann so erstaunt darüber, wie breit sich diese Liebe zwischen euch machen kann, wie umspannend es sein kann. Diese Möglichkeiten, die diese Liebe bietet, das erstaunt euch hier positiv. Hier, bestätigt es nochmal, der Sprung hier weg von zweimal sehender Schwerter. Du willst hier unbeschwert weg, weil du hier da, wo du bist, nichts fühlst. Wie komme ich hier weg, seit acht Monaten, seit acht Wochen überlegst du dir, wie komme ich hier weg, wie stehle ich mich hier davon, ohne dass mein Gegenüber es merkt. Das sind einige in einer wirklich schwierigen Lage. Aber die anderen, hey, Ghosting ist nicht cool. Der Magier, ich muss hier etwas tun, das ist der Page, der sich um dich kümmert, der sich um dich sorgt. Und die sehen, wie traurig du bist und die denken sich nur so, ich muss hier etwas tun. Ich muss etwas tun, meine vage Frau, mein vage Mann leidet. Du sagst, Herzensdame, Herzensmann, ich warte hier auf dich. Komm so schnell wie möglich, damit wir hier mit dieser Brustkorbpräsentation aufhören können. Ich spüre hier nämlich nichts mehr. Ich will, dass das so schnell wie möglich beendet wird, diese Distanz zwischen uns. Wo wir einander anschauen, das Potenzial sehen die ganze Zeit, aber keiner diesen Schritt macht. Lass uns abschließen mit dieser Distanz. Komm näher. Die Sonne. Na, riecht ja der Kelche. Zweimal ein Stern. Die Sonne hier auch als Stern. Du bist in den Augen dieses Menschen, Vage, bist du ein Star. Ein Star. Ein unerreichbarer Star. Und kein Wunder erscheint hier der Magier, weil dieser Mensch muss wirklich alle Tools hier auf diesem Tisch einsetzen, um dich zu überzeugen. Um sich zu trauen, überhaupt auf dich zu kommen. Und genau dann, Vage, wenn du die Hoffnung aufgibst und dich darauf vorbereitest, alleine glücklich zu bleiben, kommt dieser Mensch und möchte dir sein Herz öffnen. Ist der Herrscher hier. Vage, ich liebe dich. Vage, ich will dich. Enorm scharf auf dich auch. Die sehen dich als ein Star. Und auch hier haben wir Seestern. In ihren Augen bist du die ultimative Frau, der ultimative Mann. Da seid ihr nun am Ende. Zehn der Stäbe. Ich empfinde diese Karte hier sehr positiv. Gespräche von Herz zu Herz offenbaren euch die Möglichkeiten, die in dieser Liebe herrschen. Jetzt, wo ihr einander endlich berührt, auch physisch berührt. Und ihr erklärt euch hier beide bereit dazu, die Last, die es benötigt, um diese Beziehung so gedeihen zu lassen, sich so spreizen zu lassen, wie ein Seestern, auf euch zu nehmen. Ihr erklärt euch hier bereit dazu, diese Last auf euch zu nehmen, was auch immer die Schwierigkeiten sein mögen. Kein Problem, ich schultere sie auf und schleppe es hoch. Cool, cool. Herrscher und Herrscherin. Das ideale Paar im Tarot. Ich werde jetzt in der Fortsetzung schauen, wir von Monat zu Monat, was von Januar bis Dezember alles passieren wird. Okay. Und dann frage ich hier noch, was du über Herzensdame, Herzensmann noch nicht weißt, aber wissen solltest. Den Link für die Fortsetzung findest du unten in der Infobox. Falls dir mein Stil gefällt, dann freue ich mich auf deinen Klick, auf Abonnieren. Wir sehen uns auf der anderen Seite und allen anderen wünsche ich alles Gute. Macht's gut. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal.